Ja, aber das macht nicht normalerweise. Okay. Ist der Stuhl neben dir? Wie würde das gehen? Wenn ich dann stehen soll? Nicht für mich. Ich bin ja ganz frei. Der Stuhl ist frei. Der Stuhl ist frei. Dann setz dich doch mal. Keine Zwischentragschule. Dann machen wir heute zu, bis das ein bisschen aufreicht. Ist gar keiner mehr draußen? Man kann es ja wirklich zumachen. Zwei Buße haben wir auch noch ein paar Leute. Wahrscheinlich. Zwei Buße 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 Zwei Buß Zwei Buße Zwei Buße Untertitelung des ZDF, 2020